Der Plan ist, dass ich hier in den Zwischenraum, wo ich gerade freilasse mit den Gittern, da kommt Wasser rein, weil wenn die das aufbauen, fließt das Wasser raus und das wird mega nervig für die sein. Und dann noch die andere Sache, dass außen drumherum nochmal alles Lava fließen wird. Okay, die Bauarbeiten hier werden... Wer kommt da? Hilf mir. Ah! Gib mir die Hand, genau. Ich bin auch noch genau hier, ja wie perfekt. So, äh... Wait, der ist falsch. Oder doch nicht, ne ist er doch nicht falsch. Okay, ich mach jetzt mal ganz viele Öfen. Ja, mach das, ähm... Boah, es ist so kompliziert mit den Gittern, weil die ja so scheiße klein sind und dünn. Also jetzt ist eine Lage Gitter um den Cube drumherum. Ich hab noch ganz viele Gitter übrig, das heißt ich werd da drum nochmal ne Lage dann machen. So, heißt im Endeffekt werd ich jetzt einen dazwischen freilassen. So, ich brauche 14 Level. Dann hab ich ein Sharpness 4 Schwert. Hm, das hört sich nice an. Ähm... Oder soll ich auf das... oder soll ich mir Sharpness 3 lassen und da aber Fire Aspect noch drauf machen? Ich werd jetzt lieber erstmal meine Rüstung. Ja, meinst du jetzt, äh, das, äh, Fire Aspect 2 oder wie? Nein, nein, es ist noch ein... das ist ein eigenes Schwert dann nochmal. Sharpness 3 und Fire Aspect 1 ist dann nochmal ein eigenes Schwert. Ich weiß nicht, Valcom hatte noch gar nichts auf seinem Schwert außer Schaden. Lass ihn das doch machen. Das wären 7 Level. Warum kann ich das nicht placen? Pause? Ah, ach lol. Ja, deswegen kann ich's nicht placen. Äh... Ich hab schon? Ja, keine Ahnung, warum? Viertelstunde meint er nicht, 5 Minuten. Äh? Ja, der, der Count... Ja gut, der Counter ist grad gefreezt, also von daher passt alles. Ähm... Gut, dann mach ich jetzt hier ne Pause und würd sagen, bis zum nächsten Mal. Also bis in der nächsten Mal. Oder, oder bis gleich, je nachdem wie's gerade wird. Ja, da muss man so... Wir gucken. Einfach kurzer Cut, okay. Okay. Also... Bis in der nächsten Folge. Okay. Okay, es geht weiter. Ja, ich denk mal, dann werd ich hier schon gecuttet haben dann. Also, hallo? Hallo. Ich hab hier auch nen Cut gemacht. Es gab ein paar Probleme, aber jetzt geht's auch wieder weiter. Genau. So, was da oben war drauf. Also, ist das schon fertig? Hä, ist das jetzt... Ich glaub durch den... Äh... Durch die Pause. Durch die Pause, ja. Das hat uns echt... Gar nicht mal so wenig gebracht, die Pause. Ähm, ich mach dir jetzt auf jeden Fall schon mal die Eisengitter. Ne, hab ich, hab ich, hab ich brauch's nicht mehr. Gar keine mehr? Gar keine mehr. Echt nicht? Ich hab noch nen Stack. Ich hab schon gemacht. Ach so, ich glaub, du brauchst noch ein paar. Ich weiß es nicht. Das wäre erst für später, wenn dann... Also... Müssen wir gucken. Alter, die brauchen... Hallo, Pickman. Also, wie gesagt, wir brauchen noch Level und... So, ähm... Sag mir mal bitte ganz schnell, wo werden wir denn jetzt unsere Backup-Kiste machen? Ich denk am Bett, oder? Wenn man da eh spawnt. Wenn das Bett nicht abgebaut wird, da müssen wir dann drauf achten, ne? Ja, gut. Oh Gott, ey, das... Es wäre im Vorteil, wenn sich jeder schon mal ein Gold-Up-Bin nimmt, oder? Vielleicht. Dann müssen wir nach Perl nicht mehr die Möglichkeit haben. Wobei Domse ja gesagt hat, wir machen ja nochmal ne kurze Pause bei 5 Minuten oder so. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt echt machen, oder nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber es wurde uns nochmal gesagt, es könnte natürlich sein. Boah, Alter, die Zeit ist echt gar nicht mal so viel, also... Ähm, nee, ähm... Soll ich dir noch die Diashuhe schnell machen und verzaubern? Ähm, von mir aus mach das. Okay, gut. Ich bin ja gerade anderweitig beschäftigt. Aha. Ach, Gott. Ich glaube, ich bin gerade am Leggen. Ja, Quanta, du kennst mich lang genug. Du müsstest so langsam wissen, dass ich solche Witze machen soll. Äh, Vakam alles okay mit Leggen? Ja, bisher... Ja, alles. Hier, schau mal. Ja, warte, ich bin gerade hart am Zubauen. Oh Gott, ey, vielleicht reicht es doch nicht mit den Eisen getan. Warte, da. Protection 1 ist okay. Okay, so. Okay, was brauchen wir unbedingt? Ähm... Machen... Ah, stimmt, wir haben jetzt noch Dears. Wir brauchen keine Dears, ne? Nee. Wir haben alles. Farm lieber Level oder hilf mit was anderem machen. Ich mach mir jetzt noch schnell eine Diashaufel. Okay. Also ich bräuchte noch Diashuhe. Ah, stimmt. Dann haben wir ja trotzdem noch drei. Ich hab's mit dir gemacht, ja? Ja, nice. Äh, ich werd die auch direkt verzaubern, damit wir wirklich keine Probleme haben. Ja. Und, ähm... Du kannst grad mal, weil Cube einbauen ist, vielleicht doch grad ein bisschen wichtiger. Äh, mach Eimer und, äh, Wasser. Dass du das hier oben für mich hast bereit dann. Ein Wassereimer? Ja. Weil ich mach hier grad ja einen Zwischenraum zwischen den Eisengittern. Ich brauch übrigens doch noch mehr Gitter. Ich hab mich voll verschätzt. Ähm, ähm... Bitte, haben wir da noch genug Eisen für Backup-Rostum? Ja. Okay, das kann ich jetzt alles verwenden. Ähm, also das ist das, was wir haben. Ach so. Glaube ich bisher. Also ich hab jetzt gerade nichts im Infektor, also ich seh nichts. Ähm, soll ich schnell Lava von unten holen, damit jeder einen Lave-Eimer hat? Äh... Wir brauchen nur Lava, oder? Also ich krieg mit Lava-Eimern krieg ich nichts, also für mich brauchst du keinen. Aber für den Cube, oder? Ja, für den Cube, das stimmt. Ein, zwei Lava-Eimer. Okay. Weil der Plan, der Plan ist, dass ich hier in den Zwischenraum, wo ich gerade freilasse mit den Gittern, da kommt Wasser rein, weil wenn die das aufbauen, fließt das Wasser raus und das wird mega nervig für die sein. Ähm, und dann noch die andere Sache, dass, ähm, außen drumherum nochmal alles Lava fließen wird. Okay. Also, das werden so die Sachen sein. Oh Gott. Boah, das ist voll verwirrend mit den ganzen Gitterstäben, weil die so alle so scheiße aussehen. Äh, den hängst du der Brot mal. Ich hab ein Spinnenauge. Hallo? Oh, äh, ah ja, genau, äh, sehr gut. Wollte grad sagen, weil auf einmal hat keiner mehr gesprochen, schick so, okay, fertig. Ja, ich, 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 ich bin hier grad beim Zubauen noch. Ich versuch grad nicht in die Lava zu fallen, also bei mir, äh, geht's auch, weil ich konzentriere mich grad ein bisschen. Ja, ich muss grad auch noch ganz schön da unten, ich muss Lava holen. Und neun Minuten sind's nur noch, boah, krass. Ach du Scheiße, es sind nur noch neun Minuten? Ja, Alter, also die... Leute, wir brauchen echt alles, was es jetzt noch gibt. Wir brauchen alles, was es gibt, das ist ne gute Aussage. Ja. Nicht weniger, nicht mehr. Ich find nichts mehr, um zu leveln. Ich glaub, mit leveln haben wir echt verkackt, weiter geht's nicht. Ja, gut, du, du schaffst dein Schwert auf jeden Fall noch. Ich, ich find, ich bin mit Sharpness 3 immer noch zufrieden. Ja, ich bin auch mit Sharpness 4-Schwert, deswegen. Wie zum Fake bin ich hier hochgekommen. Alter, das wird mega nervig für die, ey. Scheiße. Aber für mich grad auch mit dem Bauen. Oh Gott. Boah, MLG. Ey, jetzt hab ich extrem Schiss, weil's nur noch paar Minuten sind. Ja, wir müssen auf jeden Fall uns ranhalten. Oh ja. Also was brauchen wir? Wir haben gesagt, wir haben... Also Goldäpfel hat jeder. Nein. Ihr habt dann einen Gold, okay. Also, ich hab grad keinen. Also ist in der Kiste, ist in der Kiste, neben dem Bett. Ähm, die Tränke, was ist damit jetzt? Äh, ja, Spinnenaugen, ne? Also hab ich jetzt noch ein Spinnauge. Dann bring das zu mir? Bin schon da, bin da. Ah, oh, okay, gut. Bin direkt da und hier für dich direkt mitgebracht Lava hinter dir. Ah, sehr schön. Aber Wasser brauch ich auch noch unten, mein Inventar ist voll, okay. Äh, was kann raus, das kann raus. Ich hoffe, hier läuft keiner von euch rein. Ich hab da jetzt Lava eingetan. Ja, ja. Und ich geb dir jetzt hier zwei Wassereimer. Perfekt, danke. So. Boah, Alter, ich muss mein Inventar ausleeren, das geht so nicht. Ähm, was ist jetzt mit dem Bogen? Kriegen wir denn wenigstens einen Bogen zusammen? Das ist schon ein Bogen oder so? Ich hab einen Bogen. Ich, hier, nimm mal meinen Bogen einfach so, der ist ein bisschen kaputt, aber wenn du ihn verzaubert kriegst, wäre ganz geil. Mein Bogen ist verzaubert. Was ist jetzt wichtiger? Soll ich mehr Gifttränke machen oder Langsamkeit und Schwäche? Mir ist das egal. Ich denk mal, Gift ist eigentlich geiler, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Okay, Awkward Potion, dann machen wir hier noch das eine Teil drauf. Äh, Velkem? Ja? Wenn du mir grad helfen kannst, wenn das Spinnenauge durch ist in dem Braustand, äh, dann tust du da rein ein, ganz, in dem, ganz dingendsten hier. Danach tust du einen Glowstone rein und danach noch einen Gunpowder. Warte, hier Gunpowder hab ich auch. Ich hab sogar, äh, in welchen? Äh, da wo, da wo das Spinnenauge noch drin war, hier hinten. Ja, jetzt ist schon durch. Hier einfach jetzt das Glowstone. Ach, da wo eine Vergiftung drin ist? Also was reingtun? Glowstone und dann noch, ähm, wenn das durch ist, einmal Gunpowder. Okay, gut, 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 gut. Am besten weitermachen, da kommen Zombies, warte mal schnell. Ja. Oh Gott, wie mach ich das? Äh, einer muss jetzt wirklich sich schon... Ah, nee, das Bett dürfen, können wir doch gar nichts zubauen. Dann spawnen wir ja selbst da drin. Hä? Achso. Ja, ähm, gut. Müssen wir mal gucken. Also ich glaub, man spawnt in dem Mittelpunkt mit dem Beacon. Ja? Ah, stimmt, stimmt, doch, stimmt. So wurde das ja gesagt, okay. Alter, sechs Minuten, äh. Ich glaub... Wo sind meine Schuhe? Äh, jetzt steht hier Vergiftung 222. Also jetzt soll ich noch Gunpowder drauf? Jetzt soll ich noch... Genau, genau. Okay, gut, läuft durch. Alles klar. Wir brauchen doch noch mehr Zeit in der Kampfphase für... Für das Einbauen, weil ich bin grad mal... Naja, ich bin fast noch nicht fertig. Leute, denken an, dass wirklich jeder Essen dabei hat, ne? Ja. Das sind meistens die Probleme. Also meine Rüstung hat jetzt komplett Schutz 1. Nice. Meine auch. Bei mir fehlt noch Brustplatte und Helm, weil das noch keiner ist. Und meine Brustplatte hat, äh, Projectile Protection. Okay, wir haben jetzt Vergiftung 2. Ja, tu das in die obere Truhe, da dürfte noch mehr drin sein, da vorn. Und ich mach einfach noch ein bisschen mehr. Ich mach jetzt noch mehr Gitter, ne? Ich hab nur noch... Dein Feueraspektschwert, ne? Oh Gott, in die obere Truhe. Mein Inventar ist grad so krass voll. Ja, meinst du nämlich auch noch. Boah, wir... Gott, wir müssen richtig uns beeilen jetzt. Wie gesagt, was soll ich jetzt mit deinem Feuerschwert machen? Was war jetzt mit mein Sch... Was meinst du? Ein Feuerschwert. Ja, das... Wie Feuerschwert? Das kriegst du doch noch. Ja, aber ich hab da gar kein Level. Ich dachte, du hättest das jetzt alles gemacht. Es ging ja nicht. Ich bin ja die ganze Zeit hier am Helfen. Das ist ja das Problem. Ja, es dauert alles so lange. Ich glaube, es kommt jetzt doch keine Pause. Leute, wir müssen uns jetzt auch vorbereiten. Ich clear jetzt mein Inventar. Also das, was ich nicht brauch. Das brauch ich nicht. Ich brauch vier Level irgendwie noch. Leute, Backuprüstung. Wo machen wir die Kiste? Ich würd sagen, am Spawn, oder? Wir müssen bedenken, es werden andere, die auch einfach leer machen, wenn sie die finden, ne? Ja, deswegen verstecken irgendwie. Ja, bitte, wir müssen schnell mal wärmen. Wir haben nicht mehr lang. Ja, ich... Oh Gott, ich bin voll überfordert gerade bei dem Zubauen schon. Aber wenn ich das mal geschafft hab, dann ist gut mit dem Zugebauten. Oh Gott, ich muss das anders machen. Ich muss noch ein bisschen... Oh Gott, oh Gott, Alter. Jetzt hab ich gerade so ein bisschen... Paras. Hat jeder von euch Essen? Hat noch vier Chicken Wings? Bei mir ist ein bisschen low mit Essen. Okay, warte, ich komm mir kurz hoch. Ich werd nicht runtergeschossen. Okay. Ich kann sich da rüberschießen. Du musst dich bei einem am besten mitzubauen, ne? Weil wenn... Ich hab keine Gitter mehr. Gitter sind alle. Dann nehm ich jetzt einfach... Ich nehm einfach Holz. Ich hab welche für dich? Ich hab 32 für dich. Oh, gut, gut, gut. Dann, äh... Ich bin hier. Ich bin hier. Wie komm ich hoch? Äh, warte, ich geh einmal drü... Oh, ich bin runtergefallen, okay. Ja, okay, hier. Ich hab die runtergedroppt. Bleibt stehen. Ah, da. Ich hab's. Genau. Sehr gut, sehr gut. Danke. Leute, nehmt euch den Goldapfel. Man weiß nie, die können plötzlich hier sein. Ich weiß nicht, wie schnell die sind. Ich denk... Ich denk nicht, dass das so schnell gehen wird, oder? Ich hab... Ich hab trotzdem bisschen Stress. Äh... Oh, komm, mir fehlt ein Level. So. Ich bin fast fertig. Okay. Hä, warum kann ich da nicht placen? Wenn noch jemand etwas zu essen braucht. Hä? Ach, Leute. Ja, ich hab halt immer noch nicht so viel. Essen liegt auf dem Boden. Tu's lieber in die Kiste jetzt, bevor es die spawnt. Okay. Die Kisten sind so voll. Ja, ich weiß. Ein halbes Level noch. Komm schon. Warte mal, wie macht man, äh, Pfeile? Äh... Ich glaub, warte mal... Stick, Feder, ähm... Und Flint. Genau. Flint. Also... Stick? Stick, Feder... Äh, äh, Stick, äh... Unten Feder, oben Flint. Okay. In der Mitte ein Stick, unten, äh, unten eine Feder und oben ein Flint. Ach, Bullshit, Alter. Jetzt hab ich eine Wasserquelle in die andere gesetzt, ey. Ich bin so dumm. Okay. Haben wir noch Flint? Ja, das läuft jetzt gerade noch hier raus, aber das ist gleich gefixt, das Lag. Scheiße, haben wir keinen Flint mehr? Dann hätt ich voll viele Pfeile noch. Scheiße. Oh Gott, ey. Kacke. Ja, ich würd sagen... Vorabschlitz müssen wir ehrlich... ...aufpassen. Wir müssen... Wir müssen vielleicht jetzt ein bisschen defensiv noch bleiben. Ich würd auch sagen, dass wir anfangs ein bisschen defensiv bleiben. Wir müssen unser Inventar vorbereiten jetzt. Ja, ich komm gerade wieder nach oben. Oh Gott. Die Minute, guck doch. Oh Gott. Oh, 1,40 noch. Also, was war jetzt, Leute? Backup-Sachen, wohin? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade so hart beschäftigt. Er grabt den Scheiß neben dem Villager irgendwo. Ja, sowas. Ein Block unterm Villager oder neben Villager, was weiß ich, irgendwie da so. Boah, warum macht sich denn keine unendliche Quelle bei der Scheiße? Boah, brauch ich halt jetzt nochmal... Gatt, ey. Ich hab mir jetzt einfach das Fire-Aspec 2-Schwert gemacht. Ey, kannst du mir ne Kiste machen? Sparic, bitte. Dann kommst du mit zum Ding. Mach mir bitte ne Kiste. Äh, ne Kiste? Ich hab kein Holz. Äh, Sparic, Sparic, Sparic. Warte, hier. Äh, äh, Holz. Ja, ich hab gerade. Achso, ja gut. Oh, es ist nervig mit dem Wasser. Ja. What? Was? Ah, ja. Na, ehrlich? Ja, es ist jetzt die Pause, glaub ich, oder? Meint, als ob die jetzt mit Pause... Nein. Macht er ja. Ich lass uns laufen. Ich sag's ehrlich, das wär jetzt richtig miese. Wir sind noch nicht fertig. Wenn das jetzt so die Pause ist, dann... Das find ich... Nein. Ja, das wär richtig scheiße. Ja, man kommt nicht nochmal drauf, oder? Ne, das wär was da, Mann. Es wurde... Ne, es wurde nichts angekündigt. Das kann nicht die Pause sein. Ja, Domse wird ja gleich... Domse kündigt an. Naja, dann... Es sind ja alle runter, also... Ja. Wird ja gleich... Gleich wird was passieren. Boah, Alter. Ich bin... Ich bin gleich fertig mit... Mit Wasser. Und dann baue ich das zu. Derek, du musst direkt zu dem Villager kommen. Ja, ich bin... Gerade im Wasser. Okay. Versuch direkt da hinzukommen. Denn ich stehe am Villager. Und... Ja. Am besten wäre sogar, wenn du ein Crafting-Table noch dabei hast. Den kann ich schnell bauen. Alter, wir müssen... Wir müssen auf jeden Fall... Kann man einfach versuchen, die ganze Zeit zu connecten? Ich... Ja, das auch. Aber wir müssen defensiv bleiben. Wir müssen jetzt am Anfang... Ja. Noch alles fertig kriegen. Äh... Also, ich... Ich bin fast fertig. Dann brauche ich noch... Äh... Den Goldapfel und Essen. Ähm... Und dann... Ich... Ich weiß nicht. Wollen wir vielleicht echt einfach... Ein bisschen weiter weg von der Base. Weil wir haben ja eh die Alarmanlage. Ein bisschen eine Treppe nach oben bauen. Dass wir erstmal... Ein bisschen safe sind vor allem möglichen. Und uns da noch zu Ende ausrüsten. Wir müssen... Ja... Weil... Das wäre so oder so eine gute Sache. Und... Ähm... Hier den ganz... Den ganz Überblick. Ja. Erstmal war es wieder an. Uh. Okay. Okay, okay, okay. Ja, ich... Ich bagge aber noch. Okay, ich stehe hier ganz normal. Könnt ihr laufen? Nee, nee, es brauche. Achso, ja. Ich stehe im Wasser und bagge halt jetzt immer so zurück. Ja, ich auch. Ich bin am Villager. Also ich wollte wirklich hier... Ja, ich habe den Crafting Table und ich habe alles, was du brauchst. Okay. Oh Gott. Vielleicht steht da nochmal so... Noch eine Stunde bis zum Beginn. Ja, das ist... Boah, Junge, ich würde das so feiern. Solche Projekte kann man öfters machen. Äh... Vielleicht. War die Zeit jetzt vorbei? Wenn die Zeit vorbei ist... Oh Scheiße, die Wände fallen ja dann noch langsam. Oh Gott. Nee, eine Minute noch. Ungefähr. Oh Gott, Eier. Ich habe in meinem Inventar, habe ich jetzt sechs Schwerter, also die noch übrig waren. Dann habe ich jetzt noch drei Eisenbrustpanzer. Ich habe noch Eisen, da wollte ich jetzt noch so ein paar Helme mitmachen. Vor allem mal kurz einen Stopp für ein Backup zu machen, falls die Wände nicht richtig fallen. Wir haben dann noch ungefähr eine halbe Minute, wenn ich vielleicht Start mache. Seid ihr alle bereit? Ja. Ja. Oh, halbe Minute sogar nur noch. Egal, wir müssen gucken, dass einfach... Oder wir müssen hoffen, dass keiner aggressiv auf uns kommt. Äh... Die werden alle aggressiv auf uns gehen, bei wirklich größten Eifern zu haben. Also wir müssen jetzt gleich die Tränke alle aufgeteilt haben, ja. Ja, die Tränke. Äh, die Tränke sind alle in der einen Kiste. Nehmt euch jeder... In welcher einen Kiste? Äh, in der oberen. Oben, oben, oben. Ja. Ähm, nehmt euch jeder drei Tränke von jeder Sorte und... Ah, okay. Und Gift, Gift haben wir nur... Achso, es geht direkt weiter, ne? Ja. Gut. Äh, und Gift... Barrow, kommt zu mir. Gift kriegt jeder zwei Tränke. Jeder zwei Gifttränke. Ja. Alles klar. Gut, die letzte Minute. So, ich bin dabei. Ich bin hier. Irgendwo hier... Ich weiß nicht, wo am besten, wo es keiner so wirklich sieht. Am besten wäre es doch im Villager hier unten, oder? Na, einfach hier. Ja, okay. Boah, locker werden... Werden die voll auf uns gehen. Ja.